also was haben wir was haben wir was haben wir was haben wir wir haben hier ein paar wunderschöne portfolios drin hallo thomas ich bin der punkt 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 haben wir rausgesternt ich weiß nicht ob das der richtige name war oder nicht sicherheitshalber haben wir es mal ausgenommen arbeite als zersparnungsmechaniker und komme aus österreich ende 2018 habe ich mir das ganze thema etfs und vor allem börse etwas genauer angesehen und nach ewiger suche nach einem richtigen broker dann im mai 2019 angefangen zu investieren endlich mal ein portfolio was ein bisschen älter ist also nicht aus der aus der kurve zeit klassisches problem nach ewig langer suche nach dem broker verschwendet nicht so viel zeit darauf wobei hier der kollege ist aus österreich muss man fairerweise dazu sagen dort gibt es kann noch keinen so guten keine so gute broker landschaft wie bei uns ich habe anfangs etwas etwas zu diversifiziert mit fünf etf sparplänen angefangen da ich mich langsam an das thema ran getastet habe erhöhe ich auch erst später die sparrate und habe auch einzelne aktien gekauft ich weiß nicht wie vertraut du mit dem österreich österreichischen steuersystem bist leider gar nicht jedenfalls wird mir auch anteilig die steuer berechnet für die thesaurierung die mir vom cash konto abgezogen wird ja genau das haben wir auch mit dieser vorab pauschale in deutschland deswegen sind bei den etfs die dividenden wahrscheinlich im roten bereich also so negative dividenden okay ich habe mir auch ein paar aktien zugelegt damit mein geld nicht sinnlos auf dem bankkonto liegt bei 0,01 25 prozent zinsen lol ja ganz froh sein dass du überhaupt noch zinsen bekommst und aktien naja du hättest ja auch in etf stecken können aber er ist immer eine frage risiko behafteter teil risikofreier teil wie balance ich das ganze die meisten aktienanteile habe ich 2020 während der markt niedrig war gekauft ich habe die aktien ausgeweilt weil sie meiner meinung nach eher sichere anlage ein meiner meinung nach eher sichere anlage sind und auch eine relativ gute eine relativ gute dividende ausschütten beim kauf der dmg aktie kenne ich nicht müssen wir nachher mal googeln war leider die anzahl zu niedrig aber zu den zahlen aber zu der zeit wollte ich so niedrig wie möglich kaufen und habe aus versehen nur 1 statt 10 gekauft okay das heißt er hat wahrscheinlich eine stop order also ist auch in der limit order eingestellt und hat dann versehentlich 1 reingegeben und und da hat die null vergessen aber dann hast du halt eine einzige aktie noch drin darfst du zumindest auf die hauptversammlung gehen zu dieser firma wenn du dich fragst warum ich mehrere msci world europe emerging markets etf habe flattex hat zu den jahreswechseländerungen im system veranlasst und manche etf spartpläne nicht mehr kostenlos angeboten sondern mit einer gebührenhöhe von 1 euro 50 pro order deswegen habe ich umgestellt auf kostenlose die mir trotzdem gefallen haben ah ja guter punkt das problem haben wir zum glück in deutschland nicht mehr mit scalable capital beispielsweise oder trad republic oder allen brokern die ein großes etf-angebot haben früher war das bei uns in deutschland auch so gewesen comdirect und co haben immer so eine anzahl an kostenlosen etf sparplänen gehabt die festgelegt waren und die wandern das war nur so eine marketing aktion und irgendwann waren sie dann nicht mehr kostenlos und dann musste man entweder den etf wechseln oder ab einem gewissen zeitpunkt gebühren bezahlen scheinbar ist das in österreich immer noch der fall also es werden euch hier irgendwelche kostenlosen etfs angeboten dann wird eine gebühr erhoben von 1 euro 50 je order und ich meine wenn du 123 so ich das jetzt mal sehe hier drei etfs hast dann ist das bei jeder order ausführung 4 euro 50 4 euro 50 im monat muss nicht unbedingt sein ja derzeit bespare ich knapp 825 euro per sparplan in etfs ok das ist natürlich ziemlich solide 825 euro also 825 euro sparplan sehr wahrscheinlich monatlich gehe ich jetzt mal davon aus 250 msi world 250 msi europe ok also quasi gleichgewichtet oder sogar gedrittelt 250 emerging markets stocks global select dividend 25 euro ok euro stocks 50 25 euro und real estate 25 euro interessant also dass er insgesamt 75 euro auf drei so also ziemliche ungleichgewichtung aber interessant sieht man auch gleich also dass es dann ein paar doppelungen gibt aber passt schon ich werde ende des jahres noch mit meinem laufenden bausparvertrag der bank das geld in den xtr stocks global dividend anlegen circa 7000 euro mit der dividende die steuerabzüge zu begleichen ok smart das heißt wenn steuern bezahlt werden sollen sollten diese 7000 euro dann scheinbar reichen also die ist ein ausschüttender etf und der bringt dann halt die kohle rein die dann für die vorab pauschale fällig wird interessant und die sparpläne selbst eventuell nochmals abändern ich würde nur interessieren was du von meinem portfolio und meine anlage strategie beziehungsweise meinen plänen hältst so beim rauslesen klingt das alles ziemlich vernünftig was jetzt nicht ganz verstand hat hat er jetzt einzelaktie oder nicht also was ich verstanden habe ist dass es diese aktie hier dmg-aktie dass es davon scheinbar nur eine gibt okay das müssen wir uns mal genauer anschauen und es gibt hier einen sparplan 825 euro aufgeteilt in sechs etfs klingt alles gar nicht so verkehrt jetzt würde ich nur mal gerne noch gucken was dmg-aktie ist größten hersteller von spannenden werkzeug maschinen in deutschland und auch weltweit ein führender hersteller von cnc gesteuerten dreh- und fräsemaschinen ok krass interessant könnte natürlich sein dass es hier als zerspanungstechniker dass er da aus dem beruf kommt weiß ich nicht deutsches unternehmen aus bielefeld mitarbeiter 7000 mitarbeiter holy und ich kenne die nicht 2,7 milliarden umsatz das ist ja peinlich dass ich die ich kenne ist ja ein riese auftragseingang inland ausland okay das ist schon mal eine gute quote also dass sie hier 75 also 73 prozent auslandsquote haben aber das ist nur die veränderung weil damit komme ich nicht auf 100 prozent okay also das auslandsgeschäft ist deutlich überwiegend fast zweieinhalb mal so stark das inlandsgeschäft das natürlich schön ebit da von 47 74 sorry ebit von 42 okay das heißt es ist ein ziemlich maschinenintensives unternehmen weil zwischen ebit ebit da und ebit hast halt überwiegend nur die abschreibung und die sind schon ziemlich hoch also 30 millionen ist natürlich schon ein bisschen was wenn man wenn man sich hier das verhältnis anschaut cashflow krassen cashflow generiert 113 mio aber muss man auch sagen im vorjahr was ein negativer cashflow gutes höchstwahrscheinlich corona bedingt okay auftragseingang 1,2 milliarden umsatz 933 millionen gut kann sein natürlich dass die langfristige verträge geschlossen haben und dass die aber nicht direkt umsatz wirksam werden nur 12 prozent der aktien sind im streubesitz das ist eine unerfreuliche nachricht das ist tatsächlich ein problem 12 prozent streubesitz ist natürlich nicht so bombe nach soja was ist das problem mit nur 12 prozent streubesitz gute frage na ja grundsätzlich bist du dann minderheitsaktionär ja und der großaktionär dem quasi der rest gehört die letzten die restlichen 88 prozent oder die großaktionäre kann ja auch mehrere sein die können quasi mit dem umgehen wie sie wollen und wenn sie dann zum beispiel das gefühl haben dass die firma an der börse weniger so gut aufgehoben ist und sich denken komm in zukunft hat die firma noch richtige richtiges potenzial wir nehmen das mal von der börse runter und teilen dann die gewinne die wir erwirtschaften nicht mehr mit den klein aktionären sondern drücken die quasi raus und kaufen halt einfach alles ab genau das ist das problem also wenn du minder also in einer gruppe minderheitsaktionäre bist ist immer schwierig du wirst dann übrigens auch nicht in den aktionär aufgenommen in den aktionär in den index aufgenommen also die meisten indizes haben ein minimum welches sich im streubesitz befinden muss also ein minimum an an quote genau naja aber egal gucken wir jetzt mal ins portfolio rein haben jetzt lang genug rum geschwurbelt und so sieht das portfolio von unserem österreichischen freund aus also mal kurz abgleichen okay okay da ist mehr als nur eine aktie drin okay okay interessant genau also das also die message hier hat sich eigentlich so danach gelesen als würde jetzt so ein ganz schnuckeliges etf portfolio auf mich warten krass okay habe ich gar nicht so gesehen na gut fangen wir an wie viel haben wir drin rund 36.000 euro kursgewinne insgesamt realisiert 6600 euro dividenden kassiert 164 euro der interne zinsfuß der jetzt ein bisschen verlässlicher auch ist weil es mal ein bisschen längerer zeit rum ist als jetzt nur ein jahr sind stolze fast 22 prozent das ist ziemlich solide portfolio wert kaufwert okay also kaufwert ist wenn quasi nachgelegt wird also kaufwert ist diese graue linie das ist neu hier bei parkett die graue linie ist quasi genau dies stabil und jedes mal wenn gekauft wird geht es hoch und der portfolio wert ist wie viel das portfolio derzeit wert ist und das was ihr quasi als delta dazwischen habt ist der aktuelle gewinn naja ok schöne 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 darstellungsweise und hier seht ihr dass der kaufwert höher ist als der portfolio wert das heißt hier war das gesamtportfolio rot so ungefähr ab diesem zeitpunkt hier ab juli 2020 geht so eine schöne schere auseinander und da übersteigt der kaufwert den ist auch der portfolio wert den kaufwert okay interessante darstellung habe ich finde ich gut also was haben wir hier drin die größte position mit 15 prozent ist l'oreal eine kosmetik ein französischer kosmetik hersteller ist sehr wahrscheinlich auch deswegen so stark gewichtet weil er hier 70 prozent plus gemacht hat wenn man sich diese position mal anschaut wenn ich jetzt drauf klicke müsste ich eigentlich die gesamte historie sehen also gekauft wurde es im mai 2019 und dann noch mal im märz 2020 nachgekauft und das hier sind dann ausgeschüttete dividenden ok dann haben wir hier unseren x trackers msi world etf der wenn ich mich nicht irre mit 250 euro pro monat bespart wird genau hier ist da wo es ist der swap basiert ist es der swapper ich glaube es der swapper interessante wahl thesaurierende physisch voll replizieren was stand denn dann hier von swap x trackers msi world swap 1 usd ach so weil er gewechselt hat okay verstehe ich okay können wir gleich darauf eingehen was das zu bedeuten also das hier ist kein swapper das hier ist der größere doch okay der wird derzeit bespart am 15 8 wurde das letzte mal bespart also die größte position ist tatsächlich x trackers msi europe also er setzt hier tatsächlich auf einen msi europe genau das macht insgesamt fast 15 prozent vom portfolio aus mit 21 prozent kurs gewinn dann die zweite position ist msi world mit rund zehn prozent drin accumulative also ein thesaurierender dann msi emerging markets hier von luxor die variante mit nummer acht prozent dann haben wir hier nummer eins zwei drei vier 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 einzelaktien wie gesagt kann ich relativ wenig zu sagen aber ich denke die 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 kennt ihr ja die kennt ihr ja alle alle schon relativ stark gewichtet mit 8 6 6 6 prozent also schon in 26 jahren also fast ein viertel vom gesamtportfolio machen diese vier aktien aus das ist natürlich schon solide kurzen marken die man kennt ne coca cola unilever sind consumer goods at&t ist technologie und bmw ist automotive das heißt außer den beiden hier sind wir tatsächlich in unterschiedlichen sektoren unterwegs dann was haben wir noch amundi index solution msi emerging markets einen zweiten msi emerging markets hätte ich natürlich gesagt die kann man zusammenbringen die kann man fusionieren hier mit dem hier von luxor weil ja aber er hat uns das ja erklärt die einen waren sparplan fähig der andere ist nicht sparplan fähig und genau tatsächlich würde ich jetzt auch keinen kauf oder verkauf tätigen denn die beiden hier haben ja fusioniert also hier siehst du einen index msi emerging markets accumulative und hier siehst du einen msi emerging markets accumulative und luxor und amundi werden ja fusioniert von daher besteht die möglichkeit ich weiß es nicht ja der hier sind frankreich ansässig der hier ist in luxemburg vielleicht werden sie beide behalten je nachdem wie groß die fondvermögen ist aber ich würde jetzt erstmal warten wie das aussieht ob deine fondpalette fusioniert wird oder nicht und wenn ja dann brauchst du gar nicht verkaufen und wird quasi für dich verkauft werden und wenn nein dann kannst du es ja immer noch selbst zusammenführen wenn du das willst ansonsten ist es ja nicht schlimm deswegen gibt es ja solche tools wie hier parkett dass du verschiedene etfs hast und ihr dann trotzdem am ende schauen wir uns dann an die gesamtallokation also wie dein portfolio geografisch aufgebaut ist so was haben wir hier hier ist der swapper x trackers msi world swap etf verstehe jetzt nicht warum hier beide bespart werden also ich habe das gefühl ja genau der hier wurde auch noch mal bis bespart 15 8 auch mit 250 euro ach so der wird jetzt nicht mehr bespart genau okay okay also ich fasse zusammen ich hatte eben den europe in den msi world verwechselt also das hier ist der europe der wird weiterhin bespart der hier wird nicht bespart oder nicht mehr bespart ist der x trackers der jetzt kostenpflichtig wird bei bei flattex und der hier ist dann kosten frei als sparplan hält sich der unterschied soweit ich das hier auf den ersten blick sehe ist dass er hier einfach nur ein swapper ist was er hier nicht ist aber es sollte eigentlich auf dasselbe hinauslaufen und swapper können tatsächlich attraktiver sein also ein swapper in luxemburg ist attraktiver halten also steuerlich quellsteuerlich betrachtet attraktiver als eine physisch replizierende da könnt ihr euch mal unser video angucken welche sich mit arne gedreht haben hier fragt jemand was ist swapper gute frage sehr sehr gute frage wo aber bedeutet das oder beziehungsweise dass es sich um swap handelt ist dass es sich hier dass es die replikations methode im endeffekt gibt ja zwei möglichkeiten wie ein etf ein index abbilden kann die aufgabe von dem etf ist ja die entwicklung von dem index abzubilden und das geht in dem er einfach genau alle aktien kauft die im index enthalten sind das würde man dann rep physische replikation nennen also physisch es wird quasi physisch gekauft auch wenn es nur digital ist und es gibt die synthetische oder swap basierte replikation das bedeutet es wird hier ein tauschgeschäft abgeschlossen ja man reicht sicher die hand eine derivate emittent in diesem fall eine eine bank die bereit ist zu swappen und der etf der etf stellt ein sogenanntes trägerportfolio zur verfügung das ist dann ein portfolio wo irgendwelche random aktien drin sind es kann zum beispiel dax aktien sein oder sowas und die und und schließt ein geschäft mit einem emittenten der ein den swap herausgibt also eine investmentbank oder so und die investmentbank gibt die rendite in diesem fall zum beispiel von msc award und der etf gibt die rendite von seinem portfolio also wird das also das ist also ein tauschgeschäft ich tausche meine rendite von meinem trägerportfolio mit der rendite von deinem von deinem also von dem index den ich gerne hätte und diese swap basierende ist oder synthetische replikation ist steuerlich ein bisschen attraktiver bei gerade beim msc world weil die bei eine andere quellsteuer oder beziehungsweise keine quellsteuer anfällt bei us-amerikanischen aktien und der msc world hat natürlich sehr viele us-amerikanische aktien drin das mal kurz wir haben aber auch ein video dazu produziert mit arne scheehl das könnt ihr euch gerne mal anschauen genau also das haben wir dann haben wir hier in den x trackers fuzi developed europe real estate okay verstehe also das hier ist quasi sowas womit so die read komponente also die immobilienaktien komponente abgebildet werden soll ist auch kein so großes gewicht im portfolio sind zwei prozent ist völlig in ordnung also den hier den euro stocks 50 und den hier den x trackers msc europe den würde ich schon mal zusammenfassen da würde ich einen euro stock 600 nehmen dass du mehr aktien drin und du brauchst nur einen einzigen etf haben das sorgt für ein bisschen es räumt für ein bisschen auf ich weiß natürlich nicht ob der kostenlos besparbar ist bei dem broker dann kommt stage bloomberg equal weighted commodity ex agriculture das bedeutet also dass hier ist ein rohstoff etf mit 1,3 prozent gewicht und dann haben wir hier unten noch ein paar einzelaktien die ich jetzt gar nicht groß hervorheben würde weil weil die sowieso ein relativ geringes gewicht haben daimler allianz social general proctor gamble berkshire hathaway bay aktie unilever hatten wir doch gerade oben warum okay unilever gibt es in england gelistet und in den niederlande gelistet interessant hat sich beide gleich gekauft am mundi euro stocks 50 okay das ist natürlich wieder genau derselbe wie der hier also einmal x trackers und einmal der mundi sehr wahrscheinlich wird der hier jetzt neu bespart genau also er ist jetzt umgestiegen hat vorher diesen hier bespart x trackers euro stocks 50 von der deutschen bank also von 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 dps und bespart jetzt den neuen der sehr wahrscheinlich jetzt kostenlos das bisschen nervig mit diesen mit diesen marketing angeboten aber okay so ist es nun mal dann ich jetzt core msi world und ich jetzt core msi europe und dann hier diese dmg aktie die wir eben geresearcht haben ist ja in anführungszeichen nur 3,4 prozent im plus das heißt eigentlich kannst du ja froh sein dass wir keine zehn stück gekauft hast okay gut ihr werdet sehr wahrscheinlich meinen standard kommentar kennen zu zu diesem portfolio ich würde es einfach vereinfachen also mein portfolio ist ein bisschen größer mit deutlich deutlich weniger positionen ja ich habe mein portfolio mittlerweile zwei positionen drin msi world msi emerging markets das sind ich habe meine position aufgelöst habe ich ja mal erklärt genau ich finde es zu komplex vor allem aus folgendem hintergrund du hast super viele überschneidungen drin dadurch dass du zum beispiel in msi europe kaufst und also besparst und einen einen europe stocks 50 hast du krasse überschneidung dann global select dividends okay das ist noch mal so ein spezialfall da hast du sowieso noch mal überschneidung vor allem mit msi world und anderen aber dann hast du hier noch mal fuzi developed europe real estate die müsste man auch mal nebeneinander legen und schauen was da drin ist von denen also von diesen real estate hast du bestimmt auch noch mal drei vier real estate aktien hier im stocks 50 drin dass wir können uns mit wir können uns mal angucken was im stocks 50 ist ich glaube das kann man bei ich ja ist eigentlich ganz gut sehen wenn du alleine schon in diese liste hier reinguckst du siehst du hier zum beispiel schon mal hast du auch wieder 2,8 prozent unilever drin l'oreal hast du hier auch noch mal 2,2 1 prozent mit drin also im endeffekt macht es dein portfolio nur unübersichtlicher das ist das was ich damit sagen will also es macht ein portfolio unübersichtlicher wenn du verschiedene werte in verschiedenen etfs drin hast ja da muss brauchst du als ein programm wie zum beispiel parkett aber auch parkett hat er zum beispiel nicht alle also weiß nicht jede einzelne aktie die in dem etf drin ist und von daher musst du halt echt auf solche überschneidungen halt achten also das hier sind alle immobilien unternehmen die ihr mit drin habt naja von novia drin und so weiter deutsche wohnen ist auch mit drin lege ist mit drin also alles also das sind deutsche unternehmen genau und jetzt jede menge europäische unternehmen und das hier ist alles immobilien 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 sind natürlich kleine position mit 0,02 und so weiter die größte immobilien position ist 0,31 also als größtes hier von novia mit drin aber das einfach nur um zu zeigen also ihr habt immobilien habt ihr sowieso mit drin also muss halt bewusst sein dass es noch mal eine zusätzliche abstufung gibt also wenn ihr noch mal immobilien dazu nimmt gebt ihr noch mal ein zusätzliches übergewicht mit rein das muss man einfach nur wissen habe ich ja früher auch in meinem portfolio gehabt genau aber das ist unsere überschneidung jetzt können wir mal hier in die analyse reingehen und dann könnt ihr euch hier das ganz 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 schön anschauen wie gesagt 24 wertpapiere finde ich für so ein portfolio viel zu viel also entweder investiert man etfs dann würde ich ein einfaches portfolio halten 10 15 stück maximal ja oder oder ihr investiert in einzelaktien und dann müsst ihr natürlich in viele investieren weil dann geht es ja wirklich um die diversifikation die ihr die ihr bei etf sowieso automatisch drin habt zwei wertpapiere zwölf sektoren 23 branchen also so aufteilung ja sektoren und branchen ist so ein bisschen ja geht so ein bisschen in die selbe richtung aber es gibt da so verschiedene klassifikation aus sieben regionen und 32 ländern gucken uns zunächst einmal die regionale aufteilung kann dann sieht man hier gut wenig überraschend 53 prozent europa ich glaube insgesamt in der weltmarktkapitalisierung macht europa 20 prozent aus vielleicht sogar ein bisschen weniger als 20 prozent das heißt du hast hier natürlich ein sehr sehr krasses europa übergewicht muss wissen ob du das gerne möchtest oder nicht nicht 27 prozent sind nordamerika dann haben wir hier asien südamerika und so weiter andere schade dass wir jetzt hier nicht emerging markets raus brechen können aber hier sehen wir schon genau also emerging markets 5,9 prozent fast 6 prozent china taiwan 1,7 korea 1,6 und so weiter genau also hier können wir jetzt emerging markets nicht direkt raus lesen aber eigentlich könnte man hier die 13 prozent asien approximativ ja approximativ mit emerging markets gleich setzen addieren dann noch südamerika dazu afrika dazu ozeanien nicht das ist für mich industrieländer also was ich an deiner stelle machen würde für das portfolio ein bisschen zu vereinfachen erstens mal würde ich mir gedanken darüber machen brauchst du denn diese ganzen einzelaktien was man dazu sagen muss ist dass deine dass dein portfolio ziemlich gut aufgeteilt ist du hast einen ziemlich starken fokus auf textilbekleidung luxusgüter das ist sehr wahrscheinlich wenn wir jetzt da mal draufklicken ist das sehr wahrscheinlich genau l'oreal hätte ich auch gesagt ist ein bisschen weit gefasste kategorie deswegen sage ich branche und sektor muss man ein bisschen aufpassen l'oreal geht halt in die kategorie luxusgüter also das sind deine 15 prozent l'oreal dann nahrungsmittel ist dann unilever größtenteils genau und dann noch ein bisschen teile davon von in den etfs und dann ziemlich breit gestreut allerdings hast du hier natürlich eine starke abweichung von von wie aktuell die einzelnen etfs aufgebaut sind also hardware ok telekommunikation kommt hier relativ kurz mit 4,4 prozent aber ihr könnt aber auf die sektoren gehen nicht basis konsumgüter also nicht basis konsumgüter ist sowas wie ja luxusartikel klassischerweise oder klamotten also basis konsumgüter wäre sowas wie ja das was unilever macht also ernährung und solche dinge basis konsumgüter coca cola unilever dann was haben wir noch kommunikationsdienstleistungen das ist wahrscheinlich dein at&t hast du at&t ja genau at&t hier größter teil finanzen it und so weiter genau hast schon starke abweichung von so einer normalen aufteilung kann natürlich bewusst gewählt sein genau typ wertpapiere 50 fast 50 50 50 prozent aktien 50 prozent anlaufen etfs interessant wie gesagt die regionale aufteilung würde ich mir noch mal gedanken machen ob du so viel europa unbedingt haben möchtest es ist ja also schon sehr sehr starke regionale wette aber wenn du lust darauf hast solltest du das auf jeden fall tun bzw überdenken und eine bewusste entscheidung treffen sagen wir es mal so amerikateil ist verhältnismäßig klein im endeffekt hast du den europäischen teil also von der marktwirtschaft mit dem amerikanischen teil quasi getauscht 27 prozent europa wäre schon übergewichtung europa unter 53 prozent kommt ungefähr in den weltweiten also nach marktkapitalisierung gewichtet die den anteil der usa genau ansonsten wie gesagt ich würde vereinfachen 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 das das verleihter erleichtert es dir ja also muss mal gucken was die was die kosten fürs vereinfachen sind also wenn du deine etfs zusammenfasst zum beispiel zwei msi worlds zu haben und solche dinge was ich dir empfehlen würde ist wirklich zwei portfolios anlegen ich würde das eine das aktienportfolio machen und das andere würde ich das etf portfolio machen dann kann man sich das etf portfolio ein bisschen detaillierter angucken genau ich würde eventuell den europäischen anteilen ticken runter und dafür vielleicht ein ticken mehr emerging markets wenn meine persönliche präferenz und ansonsten für die einzelnen aktien kann ich eh nicht viel zu sagen was interessant ist es sind sehr consumer goods aktien sehr wahrscheinlich setzt du vor allem auf auf dividenden wenn es mich nicht ganz irre auf eine dividenden strategie hast du ja geschrieben ja genau okay da kommen ja einiges an dividenden rein bmw dividende bmw dividende l'oreal ist auch ein starker dividenden zahler stimmt procter gamble der x trackers der ausgeschüttet hat l'oreal nicht noch mal so city general dmg und allianz und hier diese negativ dividende haben wir auch schon mal drüber gesprochen ist ja das was du quasi so an gebühren bezahlen muss also an nicht an steuern ja nutz mal hier deine 7000 euro die du aus aus deinem bausparvertrag bekommst um da wirklich vielleicht mal ein bisschen aufzuräumen und überleg dir wie hoch die kosten und die steuer ersparen es oder die die steuerbelastung werden wenn du das ganze mal ein bisschen zusammenfassen wird also etfs verkaufen zusammenfahren ich hoffe dir hat der heutige portfolio check gefallen wenn du noch weitere portfolios sehen möchtest die ich mir angeschaut habe kannst du gerne mal hier oder hier klicken und wenn du die highlights aus unseren wöchentlichen twitch portfolio analysen nicht verpassen möchtest dann solltest du auf jeden fall überfluss abonnieren danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video